Hallo ihrchen und willkommen zurück zu Eris Action Der Zweit Gameaufnahme. Irgendwie wenn ich Das Spiel starte, komme ich jedes Mal Bitte hier in dieser Bude Äh, ja Hat das Ding hier irgendwas Neues zu sagen? Ne, es ist gar nicht gut So Seit wann kommen zwei Schüsseln Runter? Ey, das reicht Ja, und wenn ich dann das nächste Mal hier starte Kommt drei runter, ja, ja, schon klar Alter Das ist ja hinterhältig So So Es scheint mir irgendwie so eine Art Geisterwald Zu sein oder was auch immer Und danach wohl ein Bosskampf Was? Was? Wie hast du nicht mehr? Alter Ich hasse euch Äh 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 Also So langsam reicht's Äh Äh Okay Äh Kann ich dich? Ne, kann ich nicht Schande Da kommen ja immer mehr raus Was soll der Mist? Ah, ja Oh, oh Gut Hä? Okay Seit wann haben wir hier Besuch? Mal gucken, wo es uns hinführt Oh, oh Uff Ja Klar Klar Oh Hier Ey So, das ist ja schon mal easy Als nächstes auch easy Da muss man einfach nur drüber So, was hat Was ist das hier eigentlich? Was? Was? Ne So Das ist ja Das ist ja richtig übel Ey Hey Nein 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 Oh Alter Nix wie weg hier Warum wusste ich das? Warum wusste ich das? Alter Ich hab hier irgendwann alle Pfeilen durch Wenn das so weitergeht So Was? Was? Oh Das Alter Wer soll das ahnen? Habt sie nicht mehr alle So Gott Nee Was ist denn das hier? Ein Baum? Keine Ahnung Eine Leiter Warte Jetzt kommt bestimmt das Hühnchen da runter, oder? Okay Hier geht es nicht weiter Safe point Oh Ups Erstmal nicht gewollt Wo geht es? Mann Das geht doch bestimmt nicht gut aus, oder? Doch Äh Wo kommst du denn her? Ich wollte das nicht Alter Es gibt nur Tote So So Hier kommt jetzt was raus, ne? Ich sag nischt mehr Ich hab langsam genug Alter Kommst du jetzt auch runter? Nö Gut Ah Mann So Da werden die Komischerweise Ah Hätte ich ja wieder was vergessen Ja Warte Das kann doch nie und immer gut sein Da drüben lang Oder? Ah Ja Errungenschaft Fakeblock Ich muss doch Ich krieg alle Oh Mann Oh Das ist richtig hinterhältig hier Na Na Los Komm Geh doch Ja Ja Nee Alter Ich kann doch Ich feier dieses Game Ich weiß nicht Alter Das ist doch abartig Und wo bleibt das nächste? Alter Wie viele Folgen werde ich denn diesmal hier dran sitzen? Ja Es kann ein Weilchen dauern bis man alle Fallen durch hat Aber Ja Ah Ne Da weißt du schon dass da was runterkommt Oder dann rettet sie trotzdem doch rein Wie oft muss man sterben? Da Ab wann gibt es denn eine Sterb-Errungenschaft? Das wird es doch bestimmt auch noch geben Oh Mann Haha Ja Weg mit dir Ähm Ich wusste Ich wusste Da wird was kommen Alter Ich so Gott Nee Das Spiel macht mich fertig Oh Nee Nee Ah Das ist ein Game Das ist abartig Ich kann es nur weiter empfehlen Was ist denn das jetzt für ein Rotz? Ah Ja Auch Nicht schlecht So Da ist natürlich gleich Äh Was ist denn das? Warum ist das ein grüner Pilz? Hä? Was mit dem Grünschimmel hier? Oh Und tschüss Ach Kacke Alter Äh Das sieht mir doch eher wie eine Falle aus Ich weiß nicht Ist aber keiner gewesen Ist aber keiner gewesen Okay Ja Also zu langsam Geht das mit diesen Nun ja Okay Okay Opsala Nein Ach Nee Alter So Was habe ich hier Hingekriegt? Was bist du denn? Hä? Langsam nervts Äh Äh Was war das denn? Alter Wenn ich jedes Spiel mit so Humor nehmen könnte Ich glaube die meisten regen sich eher über das Game hier auf Anstatt zu lachen Ach Nee Ja Ja Nicht mal Noch nicht mal dran springen Ja Klar Ja Ist klar Alter 82 Tote Ach Ja Jetzt haben wir Ja Ach nee 83 85 Tote haben wir bis jetzt Auch nicht schlecht Oh nee Alter Das Spiel macht mich fertig Oh Achso Was? Ähm Warte mal kurz Was soll ich denn jetzt Die kommen nicht runter? Sehr interessant Ist mir schon klar gewesen Aber Wieso? Wie hätte ich denn das jetzt machen sollen? Es kann doch nicht sein Dass ich dafür den Grünpilz brauche Oder? Das war's dann mit der zweiten Stage Und ich Schau mal ob ich den Bostkampf hier noch irgendwie hinbekomme Also die zweite war jetzt gar nicht so schwer Muss ich sagen Da haben wir diesmal nicht so lang dran gesessen Wie in der ersten Aber Ja Dieses aber immer wieder Wie soll man denn da die Äh Diesen Diamanten da kriegen Das verstehe ich nicht ganz Das verstehe ich nicht ganz Das ist wirklich mal sehr interessant Wie soll man da an diese Diamanten dran kommen? Ich habe keine Ahnung Ja gut Dann würde ich mal sagen Werden wir in meiner nächsten Folge gucken Ob wir den Bost kriegen Oder ob das wieder so ein Mist wird Wie der andere Rest Ich frage mich Wie der Bostkopf hier sein soll So Ja dann wünsche ich euch Euch natürlich mal wieder Einen schönen Tag Oder eine gute Nacht Bis zum nächsten Äh Let's fail Ja ich bin mir noch nicht ganz sicher Ihr werdet dann natürlich wissen Was ich hingeschrieben habe Aber ich weiß es bis jetzt noch nicht Ja bis zum nächsten Mal Euer Davilu Und tschüss